Am 1. Mai zum 40. Jubiläum des Deutsches Programm vom TBS World Radio werden die nächsten Liedslips erst am 8. Mai innerhalb der Hörerecke gesendet. Und damit wie immer beste 73 und 55. Das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende und frohe Ostern wünschen Ihnen, Bojang In und Jan Dierks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche. Das deutschsprachige Programm von TBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzfälle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr weltweit UTC auf der Frequenz 3955 Kilohertz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr. Aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.cu.kr-german. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse. KBS World Radio German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german.kbs.co.kr Wir bedanken für Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. KBS World Radio Vielen Dank.